Willkommen zurück zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wohramm von realmoneytrader.com und auch heute eine aktuelle Trading Chance. Es ist Dienstag und das ruft den DAX mit dem Midweek-Effekt auf den Plan, aber wir sind auch gerade ganz frisch auf ein neues 5 Wochen hoch ausgebrochen. Das kommt noch hinzu, also insgesamt mehrere bullische Setups für den FDAX. Dem wollen wir uns sogleich widmen, allerdings natürlich wie immer vorher der Blick auf die rechtlichen Hinweise, die auch heute wieder gelten. Wir sehen es Dienstag, Mittwochs. Es ist bekannt, das ist die stärkste Zwei-Tages-Kombination für die westlichen Aktienindizes, speziell für den FDAX, aber auch für den S&P. Dementsprechend ist es immer wieder sinnvoll, in diesem Zwei-Tage-Abschnitt long investiert zu sein. Es funktioniert natürlich nicht immer. Es gibt auch Abschnitte, Phasen innerhalb eines Jahres, in denen es längere Zeit nicht gut läuft. Das gehört dazu, denn ansonsten hätten wir hier Trefferquoten von 100%. Da sind wir logischerweise im Trading naturgemäß doch deutlich davon entfernt. Aber der Gewinnvorteil ist klar genug und soll auch dieses Mal wieder versucht werden auszunutzen, und zwar mit einem Open-End-Turbobull von der Citi. Die WKN lautet KG8W3N. KG8W3N, Einstieg, Market, Stop-Loss 4 Euro und der Exit ist zeitbasiert am Donnerstag früh, so wie wir das schon immer kennen. Das war es für heute. Ich wünsche einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Ciao.